Hallo zusammen, heute rechnen wir gemeinsam die Abschlussprüfung 2021 für Realschule in Baden-Württemberg vom Teil A1, die Aufgabe 3. Aufgabe 3 lautet, in einem Behälter liegen gelbe, rote und blaue Kugeln, insgesamt sind es 6 Stück. Kim zieht ohne hinzuschauen 2 Kugeln gleichzeitig. Im Baumdiagramm sind 2 Wahrscheinlichkeiten angegeben. Ergänzen Sie in den beiden leeren Feldern die Wahrscheinlichkeitsangaben. Beginnen wir mit blau. Die Wahrscheinlichkeit beträgt 1 von 6, das bedeutet eine blaue Kugel von insgesamt 6 Kugeln. Bei rot ist es 50%. 50% von 6 Kugeln, die Hälfte davon sind also 3. Es gibt 3 rote Kugeln. Jetzt bleibt für gelb, wenn es 6 Kugeln sind, noch 2 übrig. Die Wahrscheinlichkeit beträgt also jetzt 2 von insgesamt 6, also 2 Sechstel. Habe ich jetzt eine gelbe Kugel schon gezogen, habe ich für die zweite gelbe ja nur noch eine von insgesamt 5 Kugeln übrig, also die Wahrscheinlichkeit 1 Fünftel. Aufgabe B. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kim 2 rote Kugeln zieht? Die Wahrscheinlichkeit für die erste rote Kugel beträgt 3 Sechstel. Ich habe ja 3 rote Kugeln von insgesamt 6 zur Verfügung. Habe ich jetzt rot gezogen, ist für das zweite mal rot die Wahrscheinlichkeit 2 von insgesamt 5, also 2 Fünftel. Für die Wahrscheinlichkeit für rot-rot muss ich jetzt rechnen, das mal das. Und jetzt ganz normal, Zähler mal Zähler, 3 mal 2 ist 6, Nenner mal Nenner, 6 mal 5 ist 30. Jetzt können wir noch mit der Zahl 6 kürzen, dann bleibt 1 Fünftel übrig und das sind 20%. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald!